Achtung Gefahr! Achtung Gefahr! Hier lösen sich überall Glasfasern ab und schweben durch die Luft bei diesem Stromverteilerkasten hier in Bad Ischl. Bei den anderen Kästen passiert überhaupt nichts, aber diese Stromverteilerkästen hier haben Glasfasern, die sich lösen und die fliegen durch die Luft, die atmen dann ein und bekommen sie nicht mehr aus der Lunge raus. Sehr gefährlich! Sehr gefährlich! Ich werde demnächst jetzt hier anrufen, bei dieser Nummer, weil das ist für Kinder ein Wahnsinn. Wenn da Kinder vorbeigehen und atmen diese Glasfasern hier ein, die sich hier sichtbar runterlösen. Ich habe mich da jetzt kurz angeleint gehabt und bekomme sofort rote Flecken auf der Haut. Also es ist wirklich gefährlich. Die gehören ausgetauscht.